Liebe wählende Eltern, herzlich willkommen im Kreißsaal des Marienhausklinikums Hetzelstift Neustadt an der Weinstraße. Hinter dieser Glastür sind Sie im Bereich der Geburtshilfe, sicher und geschützt. Hier unterstützen wir Sie, Hebammen, Gynäkologinnen und Gynäkologen, mit viel Herz und modernem Fachwissen auf ihrem ganz persönlichen Weg zur Geburt. Hier im Ultraschallraum schaut noch mal eine Ärztin oder ein Arzt nach ihrem Baby. Was immer Sie wissen wollen, fragen Sie. Mund auf und zu. Jetzt dreht sich der Kopf weg. Wir sind hier im Vorbildzimmer. Hier können Sie die erste Zeit Ihrer Geburt verbringen. Möchten Sie vielleicht noch etwas mit Ihrer Begleitung ruhen? Nutzen Sie die Zeit, um in sich zu hören? Oder ist Ihnen einfach nach einer frischen Dusche? In dieser Phase nimmt die Hebamme intensiveren Kontakt zu Ihnen und Ihrem Baby auf. Sie tastet die Lage des Kindes, Sie kontrolliert die Herztöne. Sie gibt Ihnen und Ihrem Partner wertvolle Tipps. Jede Hebamme bringt Ihre persönlichen Stärken ein. Wenn Sie mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung brauchen, dann kommen wir ins Herzstück des Kreißsaals. Hier können Sie in der Wanne entspannen, Ihre Wegen veratmen und manchmal kommt sogar ein Kind im Wasser auf die Welt. Wir schaffen Atmosphäre. Wir leiten verschiedene Positionen an. Und jede dieser Positionen kann auch eine Gebärposition sein. Und für die eine oder andere Frau ist das Liegen oder das halb aufrechte Sitzen genau das Richtige. Wir finden es gemeinsam heraus. In dieser kleinen Situation erledigen wir Lebmame zwischendurch unsere Dokumentationen und halten unsere Ärztinnen und Ärzte auf dem Laufenden. Direkt nach der Geburt legen wir das Neugeborene zum Grunden der Mutter auf die Brust. Diese wertvolle Zeit der Begrüßung und des Kennenlernens wird besonders von uns unterstützt und soll so lange wie möglich genossen werden. Auch ein erstes Stillen fällt in diese Zeit. Das ist schon mal. Ja, das ist schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020